Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris, Star Trek Mod. Wir sind dabei, so ein bisschen, ähm, ja, wieder mal so ein bisschen die Grundlagen aufzubauen hier, ne? So ein bisschen Verteilung und dergleichen, ne? Wir müssen die Planeten ausbauen, wir müssen uns festigen, wir müssen Ressourcen erweitern. Hier, der Abbau, der ist relativ wichtig. Ähm, wir haben Energieprobleme und ich würde mir gerne noch das Wasser und das, ähm... Special Project, complete. Snacken. Rot Alarm, alle auf die Kampfstation. Was, was haben wir denn hier verbrochen? Was, was ist da schon wieder los? Gebt mir alle mal eine Sekunde. Sekunde, wir laden. So, Pause. Reinscrollen. Äh, wir haben eine 1800er-Plotte da. Und das sind... Oh, die Orgments. Orgments sind ehemals verbesserte Personen, die aber eigentlich stillgelegt wurden. Also, eigentlich sollten die nicht existieren. So, meine Flotte greift hier mal bitte an. Ich möchte die gerne hier ausgeschaltet wissen. Wir haben aber viele Birds of Prey. Aber anscheinend sind unsere Waffen und Schildsysteme tatsächlich besser. Das finde ich gut. Ähm, ich würde auch gerne hier, ähm, da rauf gehen. Und ich nehme mal an, dass wir das hier wirklich geschaukeln können. Konstruktion complete. Während die sich hier bekämpfen, schauen wir mal, dass wir hier vielleicht sogar den Schildgenerator... Wir haben die Wüste zum Blühen gebracht. Na, ist das nicht schön. Das freut mich doch zu hören. Titanium. Wir haben ja das. Äh, wir haben Typ 5 einfache Schilde. Passt, das passt. Das auch. Ist doch schön. Speichern. Ich hoffe ja gerade eigentlich eher darauf, dass wir das neue... die neue NX-Klasse freischalten. Aber bisher scheint es noch nicht so der Fall zu sein. Wir reparieren mal unsere Flotte. Habe ich noch ein Forschungsschiff in der Nähe? Ja, hier, Dr. Phlox. Dr. Phlox, schreite zur Tat. So, als nächstes bitte ich hier Bergbaustation. Und hier hätte ich gerne nichts weiter. So, was haben wir hier? Subraum, Differential, Dingsbumsgedöns oder taktische... Taktische Konsole. Wenn du mich fragst, immer eine schöne große Kanone mit der taktischen Konsole. Hat sich sogar gereinigt. Ähm, ja, ich würde gerne eine freundliche Kontaktaufnahme durchführen. Schön. Als nächstes hier, Bergbaustation. Bergbau. Forschung. Bergbau. Sind das nicht alle selten Menschen? Nausikianer, die sind immer so freundlich. Die machen immer so ein schönes Schweinsgesicht. Die sehen immer alle sehr freundlich aus hier. Ähm, was haben wir denn hier? Trillium, Dünge-Sammler. Na, da starten wir doch hier mal eine kleine Kolonie, sag ich dir. Vegaprime. Klingt lecker. Ähm... Super-Kolli-Dier. Was macht der? Das verwirrt mich. Technologie discovered. Neue Forschung. Betrauenszuwachs. Mh-hmm. Long updated. Mh-hmm. Branchen. Das ist ein Versorgungsdepot. Das ist ein Logistikzentrum. Technologie discovered. Ich hätte hier gerne... Schildfahrt. Schiffspanzerung. Raumangepasste Kraftfelder. Ich hätte gerne die Trainingspanzerung. Dankeschön. Ja, hier haben wir schöne starke Floppen. Das gefällt mir. Die Flotte wird auch nochmal zurückgerufen. So. Anomaly detektiviert. Jetzt kommt hier rein. Ähm... Die NX-Klasse wird erstmal rausgelöscht. Wir haben jetzt noch die Atlantis-Klasse. Mit NX-Shuttle. Und... Ausweichen. Vier Prozent finde ich sehr sinnvoll. Einsatzstation. Tätliche Regeneration. Nehmen wir das hier rein. Kommandostation. Stufe drei. Stufe zwei. Schilder. Das passt. Hier hätte ich gerne die Makos. Speichern. Eigentlich ganz brauchbar, ne? Ich habe kein Forschungsschiff im Orbit. Da arbeiten wir gerade dran. Das nehmen wir hier. Survey complete. Äh... Handelsvereinigung ist eine Indiz-Situation, die mit Aufgaben betraut ist, Fracht und Güter zu... Fracht und Güter klingt immer gut. Genau, Kältestation wird erforscht. So muss das. Wunderbar. Special Project complete. Ein Desaster abgewendet. NX-Überholung. Dürfte gleich soweit sein. Das ist interessant. Jawohl. Initiativierung. Kommunikation. Und wer will sie nutzen? Nutzen. Ähm... Berufinstandhaltung würde mich drei kosten. Äh, das belassen wir erstmal so. Das belassen wir erstmal so. Hier möchte ich gerne nochmal Terraform. Hier haben wir das Daystrom-Institut. Das gibt uns nochmal ein bisschen Forschung. Und Forschung finde ich dieser Tage sehr wichtig. Technologie herausgefunden. So. Und hier nehmen wir uns den Traktorstrahl vor. Ähm... Dr. Pavel hast du nicht gesehen. Und hier kommt... Der Kollege. Der sieht super nett aus. Die Handelsbasis kann ich nicht guter. Einmal hier zum Soll-System aufbauen. Zack. Forschung ist abgeschlossen. Mit hoher Intensität. Das passt. Und hier möchte ich gerne... Das passt, glaube ich, ganz gut. Hier nehmen wir das mit rein. Hauen wir uns mal an. Botschaft etablieren. Wir werden das... Botschaft etablieren. Das passt gut. Haut alles schön hin. Finde ich sehr interessant. Akzeptieren. Und hier habe ich jetzt nichts weiter, was ich eigentlich vorerst bauen möchte. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wachstum ist hier gefördert. Und... Auf Sins... Crime würde ich... Integrate Centauracolony... Machen wir. Photonik-Torpedos. Da hat Stan ja eine Schwäche für. Je mehr Boom, desto besser. Neue Forschung. Militärisches Trainingszentrum. Administrative Rehabilitations-Dingsi-Boom-Si. Eingehende Übertragung. Das passt auch. Kann ich das Ding terraformen? Da brauche ich erst terraforming für. Wir haben hier nämlich einen Geothermie- und einen Düngesammler. Da bin ich ja schon so ein bisschen Fan von. So, im Anschluss wird hier bitte Bergbau und Forschung. Und hier Bergbau und Forschung. Und so, ne? Schon cool. Und der macht hier nochmal bitte Bergbaustation. Und hier... Hätte ich gerne Bergbaustation und Forschung. Und hier hätte ich gerne Bergbaustation. Und dann passt das hier eigentlich alles ganz gut zusammen. Dann sieht das alles sehr solide und brauchbar aus. Zack. Bunker-Netzwerk klingt immer noch ganz nett. Die haben den Trill, den Krieg erklärt. Das finde ich nicht so nice. Die sind eigentlich sehr freundlich mit uns gesonnen. Wir gucken uns mal an, was hier die Spionage sagt. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Hier bei den Klingonen. Hätte ich gerne einfach ein bisschen mehr Informationen. Bei den Orioner hätte ich gerne... ...die Technologie gestohlen. Und die Romulane, die sind immer noch sehr... ...sehr, sehr, sehr geheimnisvoll. Neue Forschung. Hätte ich gerne das hier. Gut, hier machen wir mal fröhlich weiter. Mars Terraform. Jetzt machen wir jetzt so lange, bis es funktioniert. Koste es mich, was es wolle. Technologie herausgefunden ist. Jawohl, das passt. Taktischer Kommandentwurf. Schutzschild, der mit, da klingt auch ganz brauchbar. Hier wird die Botschaft zu den Ferengi etabliert. Kontaktaufnahme ist wichtig. So, und was haben wir hier noch, Sönes? Uh, Trainingsbeschichtung klingt ganz nett. So. 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 Das hier klingt auch alles ganz brauchbar. Sie sind hier richtig dicke mit uns. Die sind, wir sind alle Best Friends. Und wenn ich die Andorianer mit in der Gruppe habe... Oh, boah, Leute, dann bin ich... ...dann bin ich Best Boy Ever. Jetzt gucken wir mal noch, dass wir die Intrepid-Class hier aufgerüstet kriegen. Und zwar kriegen die Schilder. Das ist verbessert. Waffenschaden. Waffenschaden klingt gut. Ähm, wir haben jetzt momentan das hier. Würde ich aber gerne auf die Kobalt umstellen. Feuert zwar nur alle 14 Sekunden, macht aber mehr Schaden. Was ist hier gerade passiert? Ach so, wir haben die Photon-Torpedos. Ähm, machen jetzt hier die polarisierte Hüllenpanzerung. Hier die Grashüpfer, mit denen wären wir auch beste Freunde. Sirius wird geupgradet. Bessere Planetenbasen machen einfach mehr her. Das ist cool. Das passt schon. Ich, ich finde, wir haben eigentlich einen ganz guten Lauf, muss ich sagen. Survey complete. An alien Empire is making contact. Ja, Vulkan-Sektor hat Stufe 2 der Spezialisierung Member World erreicht. Oha, gib mir mal eine Sekunde. Was ist das denn? Ja. Oha. Was kann ich hier bauen? Nein, hör auf. Nein, ist das geil. Bei den Vulkanien würde ich das gerne bauen. Kann ich hier nicht mehr bauen? Das finde ich ja mega. Da kann ich drei Besitztümer bauen. Oha. Guckt mal. Was kann ich da? Ich wäre eigentlich... Was machen wir hier? Loyalität, Zufriedenheit, Stabilität. Köstet mich 2 Unterhalt. Forschungsgeschwindigkeit plus 3%. Freunde. Flottenkapazität plus 5. Zufriedenheit 5%. Stabilität 20. Ähm, Starfleet Garnison. Hm. Starfleet Scientific. Das fühle ich jetzt ein bisschen näher. Starfleet Scientific. Uh. Das finde ich ja sozial. Teller Prime, Teller Marcus, Teller Prime. Okay, kann ich das auf 2? Ähm. Der Vulkansektor. Cool, cool, cool. Freut mich. Können wir vielleicht sogar noch ein bisschen was, ähm, reißen, ne? Ähm. Stufe 3 könnte ich... Starfleet Academy 3. Interessant. Du weh. Du weh. Uhhh. Du weh. Nee wär eu. Du weh. Ce. Technologie finde ich immer gut. Vor allem, wenn sie discovered haben. Der Larkartografie-Labor macht Sinn. Vertrauenszuwachs? Nee. Das machen wir. Das ist cool. Da bin ich Fan von. Das hier wird alles bearbeitet. Vega Prime wird auch gerade aufgebaut. Ich habe gerade noch mal davon bekommen. Das ist mir aber nicht sehr nett. Genau. Fusionstorpedos. Äh, die Photonik-Torpedos. Vergleichen wir das mal. Hm, verstanden. Verstanden, 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 verstanden. Also hier haben wir maximal 58 alle 5 Sekunden. Alle 9 Sekunden 130. Wir haben... Macht durchaus Sinn, tatsächlich. Initiate Kommunikation. Das würde ich so tatsächlich beibehalten. Ein aliener Empire macht Kontakt. Weichern. Sekunde. Wir machen hier ganz kurz Pause. Das hier nehmen wir mit. Es bietet uns einfach die Möglichkeit mehr Kulturen in unsere einzubinden. Unsere große Föderationskultur auf Luna wird langsam der Wohnraum knapp. Da bauen wir doch noch mal zwei Wohnungen. Also Wohnkomplexe. Und nehmen uns hier das Bunkernetzwerk vor. Das hier würde ich initiieren. Hier fehlen mir die Mineralien. Schweinerei. Hier Orpheus-Mien-Kolonie. Und der Mars wird noch mal so richtig geteraformt. Der wird noch mal so richtig durchgenudelt. Der wird noch mal so richtig auf links gegraben und dann passt das. Ansonsten fehlt uns immer noch das Chordrazit. Das ist leider ein bisschen doof. So, hier haben wir Teller Prime. Das passt alles. Machen wir hier weiter. Und zack. Das ging flott. Deep-Mining-Netzwerk und Erkundungsbucht. Gucken wir mal. Die NX-05. Phase. Die hat Stufe 3 Phasenkanonen und Photon-Torpedos. Traktor-Strahl. Taktik-Station. Britannium. Impuls. Polarisierte Hülle. Okay. Schilde sind ganz gut. Passt auch. Das passt auch. So, die NX-B lassen wir erst mal dabei. Die werden noch aufgerüstet. Da will ich keine halben Sachen machen. Die kriegen wir auch nochmal. Zwei Photon-Torpedos und die Kobalt-Ladungen. Hier in Shepard möchte ich gerne so als Affen-Plattform funktional ausgebaut haben. Das passt, das passt, das passt, das passt, das passt auch, das auch. Speichern. So, die NX-Schilde, Besserung Impulsantrieb. Was hätte ich hier gerne? Ich hätte gern Waffenreichweite des Schiffs. Automatisches Verbessern. Hier optischer Computer. Hier hätte ich gern. Fünf Ingenieur Research und Speichern. Bam! Schiffswerft. Hier Topia Planitia Die rufen wir mal. Welche Art von Flaggschiff können wir bauen? Dass sie wissenschaftlich oder militärisch ausgerichtet ist? Wissenschaftsflaggschiffe können Ziele vermessen, während militärische Varianten einen höheren Feuerkraft haben? Und wo ist mein Flaggschiff? Habe ich da was verpasst? ein x Flaggschiff? Warum kann ich ein dick nicht bauen? Ich habe da mal eine Frage. So, die Atlantis bauen. Tag? Atlantis? Pass auf. Die sind außer Dienst gestellt, die bringen mir gerade gar nichts. Initiating communications. habe ich irgendwo ein Forschungsschiff? Hier die Enterprise. Lass mal look in. Ach, da ist er. Da ist das jute Stück. Siehst du, er hat nicht mal Schilde, das arme Ding. Und wo finde ich das Schiff? Initiating communications. Das genügt. Mission erfüllt. Okay. Die Enterprise agiert also in diesem Bereich. Das finde ich jetzt nicht wild. Das ist ganz okay. Okay. Die bekommt noch mal angeht die Übertragung. Was hätte ich? Ja, ist ja gut. Send a scientific ship. Orbitales Krankenhaus. Bevor wir die Mission gleich starten, möchte ich hier noch die Forschung Militärisches Trainingszentrum. Hier das. Ah, Vögelchen. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Zack. Das können wir erledigen. Das passt. Hier die zwei Schiffe werden mal geupgradet. Dann hängen wir uns mal die 890. in zwei Monaten haben wir das auch verfügbar. Seriales Projekt komplett. Long updated. So, da springen wir mal kurz hin. Nach Andoria. Sehr, sehr schön. Das ist nämlich nicht so weit weg. Technologie ich mag Technologie. Kolumbia Überordnung. Das ist eine Sache, die mag ich. Investieren Sie in Verteidigung. Technologie ist auch eine Sache, die ich mag. Das haben wir. Das haben wir. Wie können wir jetzt auf Sirius so weiterbauen? Wir bauen erstmal das hier. Uns fehlt es ja ein bisschen an allem gerade. Trallium. Das können wir bauen. Und dann hätte ich gern so am Ende des Tages Handelsposten. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Niederlassung, die wir hier haben. Titanen. Das ist so schön. Das ist fertig. Das können wir hier noch bauen. Okay, das haben wir sehr gut hingekriegt. Die würde ich auch nochmal. discoveren. Geht Zweigstellen auf die Erde worden geschlossen. Das geht hier heute, Ratzdi-Fatzdi, Freunde. Die haben keine Chance. Die Columbia-Überholung ist nämlich auch bald durch. Es wird mit uns. Es wird Mars-Verteidigungspinion. Wir brauchen hier mehr Wohnungen auf dem Mars. Der Mars wächst schneller, als wenn es lieb ist. Aber es ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja nicht wild. Technologie discovered. Ich will ein bisschen runter hegeln. Hier, die Phaser-Bänke. Seifen-Phaser-Typ 2 Autofreuerphasenbank. Er ist erstatt. Technologie discovered. Ähm. Nationalisierung der Produktion, reduzierte, Reduzierung der Materialkosten, Langstrecken-Forschungsschiff. Ich hätte gerne eine verstärkte Hülle. Und dann möchte ich eigentlich gerne an der Yorktown-Class arbeiten. Vega Prime bekommt aber zunächst von mir ein Krankenhaus gesponsert. Ein Düngesammler Trillium-Bergwerk. Ich denke, das reicht auch erstmal. Wir gucken uns jetzt mal die Columbia-Überholung an. Denn das Schiff wurde ein bisschen umgestaltet. das NX-Flaggschiff. Das bekommt jetzt hier drei so schöne Phaser. Eine sind etwas stärker. Dann kriegen wir die Photonik-Torpedos rein. Ballert. Das NX-Shuttle. Genau. Hier Waffenreichweite. Das passt. Das passt. Das passt. Das auch. Auch. das speichern wir. Jetzt gucken wir uns noch die Variante an. Heißt, wir haben auch hier wieder einen verstärkten Phaser. hier zwei Photon-Torpedos mit unter. Einmal Shuttle. Und der Rest bleibt gleich. Das speichern wir auch. Das heißt, wir können hier nochmal upgraden. Von ursprünglich 1, 2 auf Gott weiß was. Achso, ich bin noch auf Pause. Haha, der war gut. Aber wie das ausgeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und lebt lang und in Frieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 the wool bars